Dieses Tutorial soll erklären die Übung 1.04, weil es ein weiteres Praxisbeispiel ist, um halt diese Verzweigungen, aber auch Funktionen anzuwenden. Was wir hier sehen, ist so eine klassische Tabelle, auch wie sie wieder vorkommen kann bei uns in unseren Tabellenbüchern, wo man halt irgendwelche Beiwerte sich rausholt für Berechnungen. Hier ging es glaube ich um irgendwelche Schneelastbeiwerte bezüglich abhängig von der Dachneigung und ich möchte jetzt hier demonstrieren, wie kann ich sowas in MatCat abbilden, um halt dann mit solchen Sachen automatisiert rechnen zu können. Hier ist nochmal die Aufgabenstellung. Sie erstellen also eine Arbeitsplatzermittlung der Formbeiwerte für Schneelasten und wir sollen das Ganze wieder in Funktion kapseln. Also üblicherweise kapselt man dann solche Dinge über Funktionen. Das hat man ja schon beim Vorangang im Beispiel so gemacht, auch das wiederholt sich ja wieder. Wir sollen uns den Definitionsbereich überlegen für die Funktion, den Wertebereich für die Funktion und das Ganze auch nochmal grafisch und numerisch überprüfen bzw. in Test-Szenario durchspielen, schauen, ob die Funktion funktioniert. So, hier fehlt noch ein N. Ich glaube seit der Version 6 gibt es auch die Rechtschreibüberprüfung. Allerdings Berechnung, das sollte jetzt eigentlich stimmen. Gehen wir das mal an. Und zwar haben wir jetzt hier eigentlich drei Alternativen. Also für den Fall, dass Alpha zwischen 0 und 30 liegt, Alternative 1, dann haben wir die beiden Vorbeinwerte. Ich glaube, das ist hier µ1 und µ2. Und für den Fall, dass es halt dann zwischen 30 und 60 liegt, dann bekommt ihr andere Beiwerte, wenn ihr anderes berechnet. Und dann für den Fall, dass es 60 ist, wäre das bei µ1 dann dieser Wert und bei µ2 dann gar nichts mehr. Ja, man sieht hier, dass wir haben eine ziemlich einheitliche Struktur, sowohl für µ1 als auch µ2. Und das schreit schon mal danach, dass wir das Ganze zunächst einmal in eine Funktion zusammenfassen, die im Prinzip beides berechnet. Sowohl µ1 als auch µ2, weil sich ja der Algorithmus nahezu identisch ist bezüglich der Berechnung. Und das Einzige, wo sich Algorithmen unterscheiden, ist jetzt halt in der arithmetischen Operation. Ja, aber die ist natürlich jetzt nicht das Entscheidende. Deswegen fassen wir das Ganze zusammen. So, das heißt, zunächst legen wir erstmal einen Definitionsbereich fest für Alpha, also für die Winkel. Und da sagen wir, das ist wieder rein technisch gesehen, sagen wir, na gut, wir lassen halt nur Winkel zu zwischen 0 und 75 Grad. Ja, alles andere, das definieren wir einfach so, sind halt Dachneigungen, die unzulässig sind. Ja, die Tabelle sagt das zwar nicht, ja, die beginnt ja einfach mal bei 0 und dann sagt sie, okay, größer 60. Ausliegt einfach daran, weil natürlich derjenige, der mit der Tabelle arbeitet, normalerweise ein Ingenieur ist. Ja, wenn der das manuell macht, dann schaltet er in die Tabelle rein und das ist natürlich klar, dass der nicht mit irgendwelchen negativen Neigungen arbeiten wird. Und auch nicht mit Dachneigungen, die jetzt extrem steil sind, weil ihm dann bewusst ist, dass er da irgendwelchen Blödsinn macht. Deswegen sagt die Tabelle nichts weiter dazu. Allerdings, wir machen das jetzt voll automatisiert. Der Rechner ist dumm, deswegen müssen wir jetzt hier sagen, okay, wir lassen halt nur Dachneigungen zwischen 0 und 75 Grad zu. Und ansonsten gibt dann die Funktion eine entsprechende Fehlermeldung zurück. Ja, wie gesagt, die Funktion funktioniert ja voll automatisch. Das heißt, deswegen müssen wir hier unseren Funktionsparameter Alpha auch entsprechend auf Plausibilität überprüfen. So kann man das hier angeben. Einfach hier nochmal die Schreibweise. Wie kann ich so einen Bereich angeben von 0 bis 75 Grad hier mit dieser Bereichsvariable? Die finden Sie hier, also Schrittbereich. Das ist hier die allgemeine mathematische Definition. Das ist nochmal, wie man das in MatCat auch formulieren kann. Dann ergibt sich automatisch ein Wertebereich für unsere Funktion, also für µ1 von Alpha. Das ist dann zwischen 0 und 0,8 hier. Also 0,8 ist ja der maximale Wert und der 0 wäre der kleinste Wert. Und bei µ2 ist der minimalste Wert 0,8. Und wenn nämlich hier Alpha 0 wird und der maximale Wert wäre dann 1,6. So ergibt sich dann der Wertebereich für die beiden Funktionen. Und jetzt hatte ich gesagt, naja, ich möchte das Ganze aber zusammenfassen. Hier die Tabelle erstmal in einer Funktion. Das heißt, ich berechne jetzt µ und 1 und µ2 in einem Aufwasch. Und deswegen schreibe ich mir jetzt hier eine Funktion, die nenne ich einfach fb. Die heißt, fb steht für Formbeiwerte. Und die Funktion bekommt als Parameter die Dachneigung, also Alpha. Das ist der Funktionsparameter. Und gehe jetzt auf Doppelpunkt ist gleich. Jetzt schalte ich hier mal um, damit ich das ein bisschen besser hin und her scrollen kann. Hier ist nochmal die Tabelle, die nehme ich nochmal mit runter, damit wir die ein bisschen uns nebenher mit anschauen können. Die lege ich mal hier oben drüber. Die schmeiße ich dann wieder raus. Nur damit Sie vielleicht sehen können, wie ich jetzt diese Tabelle hier implementiere in Form einer Funktion. Und jetzt habe ich hier quasi eine sogenannte mehrseitige Verzweigung. Warum? Ich habe jetzt hier drei, beziehungsweise sogar vier Alternativen. Nämlich die erste Alternative ist, ich bin jetzt hier zwischen 0 und 30. Die zweite ist zwischen 30 und 60. Die dritte wäre dann zwischen 60 und 75. Und die vierte wäre jetzt Out of Domain. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeine Dachneigung eingebe, die jetzt nicht mehr plausibel ist. Die außerhalb meines vorher definierten Definitionsbereiches für Alpha liegt, nämlich kleiner 0 und größer 75. Das ist nochmal ein Spezialbereich, den ich hier zusätzlich einbaue in meine Tabelle, damit die halt auch idiotensicher ist. Denn wir vergessen dürfen, nicht vergessen, der Computer ist ein Idiot. Der Ingenieur, der würde wahrscheinlich hier von sich aus keine negativen Dachneigung akzeptieren. Wird sich da wundern, wird da gar nicht weitermachen. Aber der Rechner kennt den Kontext nicht. Und deswegen muss ich das entsprechend hier noch mit einbauen, wenn ich diese Tabelle implementiere. Damit sie zu keinen logischen Fehlern führt. Logische Fehler heißt, dass die Tabelle, dass die Funktion schon was berechnet, auch im Wert ausgibt, dass die allerdings falsch ist. So, und das ist natürlich meistens immer sehr gefährlich, weil das kriegt man unter Umständen nicht so schnell mit. Okay, jetzt fange ich hier an mit meiner Verzweigung. Also es ist eine mehrseitige Verzweigung, die wir hier brauchen. Gehen also hier auf If und prüfen zunächst erstmal hier diesen Bereich ab. Also ein Alpha, größer gleich 0, kleiner 30, geben wir das hier ein. Also 0, dann gehen wir hier auf größer gleich, geben Alpha ein. Also A und Steuerung G, macht daraus ein Alpha und kleiner gleich 30. Hier ist es 30 Grad. Aufpassen, da müssen wir jetzt, damit das hier passt, auch die Einheit mit dazu schreiben. Weil sonst ist die Grundeinheit von Winkeln immer das Bogenmaß. Deswegen hier noch Grad dazu. Und was soll dann machen? Und jetzt rechnen wir hier einfach das aus, was hier steht. Dazu gehe ich hier auf Matrizen und Tabellen. Warum mache ich das? Ich will ja quasi das in einem Aufwasch machen. Ich möchte in dieser Funktion sowohl das µ1 als auch das µ2 berechnen. Allerdings hat eine Funktion immer nur ein Rückgabewert. Also die könnte theoretisch nur nur ein Skalar ausgeben. Entweder µ1 oder µ2. Ja, um das zu umgehen, schreibe ich einfach die beiden Werte in einen Vektor rein. Und damit gebe ich jetzt diesen Vektor aus. Das ist wieder ein Rückgabewert. Allerdings ist das kein elementarer Datentyp, sondern ein komplexer Datentyp. Ich zeige es nochmal hier in unserem schönen Poster. Ich schalte einfach jetzt um von Skalar, also elementar hier auf Feld, auf Erre, gehe auf den Vektor. Und da kann ich natürlich jetzt mehrere Werte reinpacken. In unserem Fall halt µ1 und µ2. Also baue ich jetzt mir hier einen Vektor rein. Machen wir das vielleicht, ja, machen wir es hier nebeneinander, um halt jetzt, dass mir die Funktion nicht so lang wird. Und tun ihn allerdings transponieren, damit das dann wieder ein echter Vektor ist. Sonst macht das dann eine Matrix draus, das wollen wir nicht. Und deswegen gehe ich jetzt hier nochmal rein und mache jetzt hier aus der, also theoretisch das eine Matrix, wenn ich es umdrehe, wird daraus dann ein Vektor, sein Vektor. Und jetzt gebe ich jetzt hier die Rechnung ein, also 0,8, aufpassen, 0,8, wir sind jetzt hier erinnern. Und hier drüben für den zweiten Wert, für µ2, wäre das dann dieser Ausdruck, also 0,8 plus 0,8, mal alpha, halt hier, STRG, will er wieder nicht, durch 30 Grad. Und das tun wir uns einfach hier kopieren. So, das wäre im Prinzip jetzt der Rückgabewert für den Fall, dass es sich 0 und 3 ist. Jetzt gehe ich wieder auf else, klicke hier dahinter, hinter meiner Vektor und gehe wieder auf Rechnen, dann auf Programmierung und gehe dann hier auf else if, aufpassen, es ist ein else if, kein also if, weil wenn der Fall erledigt ist, ist der andere im Prinzip dann obsolet. Ja, wobei es würde wahrscheinlich mit also if, wenn wir die Grenzen eng legen, trotzdem eventuell trotzdem funktionieren. Jetzt kopiere ich mir einfach hier oben die Bedingung und ändere sie nur ab. Aber aufpassen, wenn sie Dinge kopieren, dann müssen sie immer schauen, dass sie auch wirklich alles ändern. Das wird dann schnell mal übersehen und dann kriegt man Fehler rein. Hier muss ich jetzt aufpassen, dass ich jetzt sage, größer und nicht größer gleich, damit die Bereiche sich nicht überlappen. Hier war es ja größer gleich 30, also muss ich jetzt hier sagen, größer. Und hier kann ich wieder sagen, kleiner gleich und das war dann 60. Dann kopiere ich mir hier wieder diese transponierte Vatrix, die dann im Endeffekt ein Vektor ist und habe jetzt hier die Formel hier rein. Das wäre dann 0,8 mal 60 Grad, also wollen wir noch das Grad dazu, minus Alpha hat das Ganze durch 30 Grad. Das kopiere ich mal wieder und hier hat man dann 1,6. Hier hinten wird es dann einfach, das wäre dann nur 1,6. Hier meckert er jetzt rum. Warum, wissen wir noch nie. Die Variable ist sich definiert. Okay, könnte sein, das muss man mal schauen. Das dürfte jetzt, manchmal passiert das durch Kopieren. Das Kopieren hat ein bisschen den Nachteil, dass er manchmal sich dann ein bisschen blöde tut. Und eventuell nochmal rausnehmen, halt da war es zu. Weil die macht jetzt auch blau, komischerweise. Also nochmal ein A. Und jetzt geht es wieder. So, dann wieder ein L dahinter, Lsif. Nämlich für den Fall hier, Lsif. Wieder hier das Ganze kopieren. Einfügen. Einfügen. Und dann sagen wir jetzt in dem Fall größer 60, kleiner gleich 75. Und hier wieder die transponierte Matrix uns holen. Die dann eigentlich wieder ein Vektor ist durch die Transponierung. Da habe ich jetzt hier nicht richtig kopiert. Also nochmal. Steuerung C. Steuerung V. Jetzt haben wir es. Und da haben wir hier einmal 0. Für den Fall, dass es µ1 ist. Und für den Fall, dass es µ2 ist. Dann hätten wir hier NAN, weil da soll er gar nichts machen. So. Jetzt haben wir noch den Fall, dass er hier außerhalb unserer Domäne was eingibt. Also hier, kleiner 0, größer 75. Und da soll er generell NAN ausgeben. Also gehen wir hier auf S. Und sagen hier, probieren wir uns das wieder. Gib da mal NAN aus. Ich probiere es mal. Ja, ich mache es nochmal getrennt. Sie werden ja gleich sehen, warum ich das so mache. Weil ich dann später diese, die Funktion gibt ja momentan µ1 und µ2 gleichzeitig aus. Das muss ich dann nochmal auftröseln. Deswegen tue ich das ja auch nochmal entsprechend auftröseln, was NAN angeht. So. Das können wir wieder rausschmeißen. Das haben wir jetzt implementiert. Das wäre unsere Hilfsfunktion. Die haben wir FP für Formbeiwerte genannt. Wo wir diese Tabelle hier oben jetzt implementiert haben. noch etwas ausgereifter, damit sie auch automatisiert werden kann und in Anführungsstrichen idiotensicher ist. Und jetzt möchte ich natürlich dann später in meinem Algorithmus, wo ich dann meinetwegen mit diesen Formbeiwerte arbeite, die Funktion nicht mit FP ansprechen, sondern wieder mit µ1 und µ2. Das heißt, ich werde mir jetzt diese Funktion µ1 und µ2 nochmal basteln. Dann gehe also hier auf. Das ist glaube ich M, oder? Ja. M, Steuerung G, dann tiefgestellt 1 von Alpha ist gleich. Naja, das ist im Prinzip nichts anderes als hier unsere FP-Funktion. Ich rufe jetzt meine FP-Funktion auf. Reiche das Alpha an Sie weiter. Lasse dort beide Werte ausrechnen. Ich interessiere mich aber nur für den ersten Wert dieser Funktion. Weil der erste Wert ist immer µ1 gewesen. Der zweite war µ2. Und dasselbe mache ich hier. Ich kopiere mir das jetzt einfach nochmal. Wenn das Ganze jetzt hier µ2. Auch hier wieder. Ich rufe meine FP-Funktion auf. Reiche das Alpha an die weiter. Die rechnet das mal durch. Gibt mir jetzt beide Werte aus. Ich interessiere mich aber in dem Fall nur für den zweiten Wert. Und damit ich das Ganze eben hier nur mit Index 1 oder 2 ansprechen kann, habe ich das Ganze hier als Vektor definiert und nicht als Matrix. Hätte ich das T hier weggelassen, wäre das streng genommen eine einseilige Matrix mit zwei Spalten gewesen. Und ich hätte das dann hier mit zwei Indizes ansprechen müssen. Nämlich so. Und das wäre dann hier 1,2. Ja. Und das ist mir aber zu mühsam immer dann das Ganze mit einer Matrix-Schreibweise anzusprechen. Wenn es auch als Vektor geht. Da genügt nämlich nur ein Index. Und deswegen habe ich das Ganze transponiert. Und dadurch kann ich das in dem Fall als Vektor ansprechen. So. Jetzt tun wir das Ganze mal grafisch darstellen. Dazu gehe ich hier rein und klicke jetzt hier hin, wo die Grafik hinkommen soll. Gehe dann hier auf Diagramme und füge jetzt hier ein Diagramm ein. Also eine Möglichkeit ist so eine Funktion dann immer grafisch mal zu überprüfen. Das machen wir jetzt hier. Und wir haben zunächst hier unten unser Alpha. Steuerung G. Das tun wir im Grad uns darstellen lassen. Also gehen wir hier auch wieder auf Grad. Das lässt sich einfach besser ablesen. Und dann dürfen wir hier aufrufen unser µ1. Das kopiere ich mir jetzt einfach hier rein. Das ist ohne Einheiten. Fügen wir eine weitere Spur hinzu. Gehe also hier wieder auf Diagramme. Sage Spur hinzufügen. Und kopiere mir hier das µ2. Und füge hier das µ2 ein. Jetzt müssen wir noch mal schauen, dass wir hier auch unser Alpha definieren. Das heißt, von wo bis wo soll es laufen. Und das haben wir eigentlich hier oben schon gemacht. Sehe ich gerade hier nämlich. Und wir haben es die ganze Zeit aber nur Alpha genannt. Also nehmen wir unser Alpha i jetzt einfach. Und nennen es einfach nochmal um. Also Alpha i. Wie wir das oben auch genannt haben. Jetzt tun wir quasi hier dieses Alpha verwenden. Was quasi läuft von 0 bis 75. Und hier auch Alpha i. Und dann sieht es hier so aus. Und das ist natürlich hier okay. Tun wir vielleicht noch schnell ein bisschen formatieren. Also Diagramm-Hintergrund transparent finde ich immer ganz nett. Dann bei der Spurfarbe nehme ich hier bei µ1 das Ganze auch rot. Und eine Spur dicker. Und bei µ2 möchte ich blau haben. Und auch eine Spur dicker. Und man sieht hier schön, ja, durch diese NAN-Geschichte, ja, dass es hier bei µ2 hier aufhört. Ja, also ab 60 Grad. Ich erinnere noch mal dran. Da geht man hier NAN aus. Und das ist auch hier so definiert. Das heißt, hier spuckt er jetzt keine Werte aus. Das ist ganz wichtig, dass man das immer kontrolliert. Und man sieht auch hier, ab 75 ist dann auch bei beiden Schluss. Ja, also dann hier bei hier sowieso. Aber hier geht er quasi noch auf 0 runter. Ja, bei µ1 ist es ja dann noch auf 0 gesetzt. Das ist ja noch ein plausibler Wert, mit dem man rechnen kann. Hier würde er im Prinzip gar nichts mehr machen. Hier macht er noch 0. Aber dann bei µ1 ist aber dann auch Schluss ab 75 Grad. Weil wir da gesagt haben, da soll er NAN ausgeben. Also so haben wir quasi hier die Plausibilität umgesetzt. Ja, wir haben jetzt wie gesagt, wir haben jetzt eine mehrseitige Verzweigung hier drin stehen. Das hätte man, ja, hätte man theoretisch auch mit der IF-Funktion machen können, indem Sie das in eine andere Reihe verschachtelt haben. In der Form. Wer will, kann das nochmal machen. Ich werde jetzt darauf verzichten, damit das Tutorial nicht zu lang wird. Ich finde das so besser zu lesen. Aber theoretisch könnten Sie das auch mit einer, in dem Fall auch mit einer IF-Funktion machen. Warum? Weil wir haben nur eine Anweisung pro Alternative. Deswegen auch IF- bzw. WEN-Funktion. Ja, zum Schluss nochmal hier die Funktion testen. Und da geben wir uns einfach mal hier ein paar Testwerte vor. Die nenne ich Alpha T. T steht für Test. Also A, Steuerung G, dann tiefgestellt T. Doppelpunkt ist gleich. Und wir fangen mal an bei minus 15 Grad. Also das ist natürlich jetzt ein Wert, den er jetzt nicht, wo er dann im Prinzip reagieren müsste. 15 und wir gehen auf Rechnen, dann auf Einheiten und wählen hier wieder Grad aus. Vergessen Sie bitte die Einheiten nicht. Dann gebe ich hier die Schrittweite vor. Also jetzt 15, der nächste Wert wäre dann 0. Das heißt mal Inkrement wäre jetzt immer 15. Aller 15 Grad wird jetzt hier das Ganze definiert. Das Ganze soll dann bis 90 gehen. Also von minus 15, dann 0, dann plus 15 und so weiter. Bis wir bei 90 sind und auch hier wieder die Einheiten nicht vergessen. Und da jetzt würde ich mir quasi auf die Art und Weise hier ein paar Testwerte erzeugen. Die geben wir uns da mal aus. Also A wieder eingeben, Steuerung G, dann tiefgestellt T und schauen wir uns die mal an. So sieht das aus. Nicht irritiert sein. Was Sie hier sehen, ist das Bogenmaß. Das ist die Basiseinheit, die man immer verwendet, wenn wir hier mit Winkeln arbeiten. Einfach hier dahinter klicken und sagen, ich möchte hier das Ganze in Grad angezeigt bekommen. Dann haben wir hier wieder unser Grad. Hier geht es los. Minus 15, dann 0, dann plus 15 und so weiter. Und bei 90 ist dann Schluss. Und das wollen wir jetzt mal ausgeben für µ1 und für µ2. Rufen also hier die Funktion auf. Also M, Steuerung G, tiefgestellt 1. Dann übergeben wir jetzt hier unser Alpha T, also A, Steuerung G, dann tiefgestellt T und wir gehen auf Istgleich und bekommen jetzt hier unsere Werte. Und ich kopiere mir das jetzt hier einfach mal und mache da hier ein 2 draus. So wäre jetzt die Lösung für µ2. Ich schiebe das noch ein bisschen ran. Und wir könnten das Basis halber auch nochmal mit FP machen. Ja, dass Sie auch mal sehen, was FP ausgibt. Wobei man mit FP, FP ist quasi dann nur eine Hilfsfunktion, die wir vielleicht sogar irgendwo im Weltcatch-Sheet verstecken werden. Mit der werden wir dann nicht wirklich arbeiten. Also wir werden dann später, wenn wir jetzt wirklich damit arbeiten wollten, für irgendeine Berechnung von irgendwelchen Lasten oder so, dann würde man dann eher damit hier arbeiten. Aber egal, geben wir es hier nochmal aus. Und dann sehen wir, jetzt bekommen wir hier das Ganze ausgegeben in Form von Vektoren. Die könnte man nochmal aufklappen. So, um das auszuklappen, muss ich erstmal kurz den Film anhalten und suchen, wo das ist. Mittlerweile habe ich es gefunden. Und zwar, jetzt zeigt er uns quasi einfach nur an, dass es hier der erste Wert ist, quasi eine 2x1 Matrix. Also quasi ein Vektor. Ja, und wenn Sie jetzt sagen, verschachtelte Matrizen, dass Sie deaktivieren und dann hier rausklicken und nochmal hier rein. Das macht er jetzt. Der berühmte Vorführeffekt jetzt. Ja, jetzt sehen Sie hier, jetzt hat er quasi hier mal die Werte, zeigt er sie an. Und er wird gut quasi jetzt hier für minus 15. Das übergeben Sie jetzt hier als Winkel und dann gibt er halt diese zwei Werte aus. Der erste ist µ1, der erste ist µ2. Ja, für 0, dann gibt er diese zwei Werte aus, also diesen Vektor hier. Der erste Wert wäre µ1 und der nächste µ2 und so weiter. Also das wäre jetzt, wenn Sie mit fp arbeiten würden. Ja, und da sehen Sie schon, das macht natürlich wenig Sinn. Das ist natürlich, wenn Sie das Ganze dann nochmal in diese Schreibweise kapseln, ist das natürlich viel komfortabler, als dann mit fp zu arbeiten. Aber wir haben zumindestens den Algorithmus hier in einer Funktion zusammengefasst, weil sonst hätte man das natürlich auch kopieren können, das zweimal machen können. Einmal für µ1, einmal für µ2 quasi getrennt. Aber würde ich nicht empfehlen. Ich finde diese Schreibweise so viel eleganter, weil da habe ich es quasi nur einmal da. Und sollte sich an der Tabellenstruktur was ändern, brauche ich es auch nur einmal aktualisieren, müsste dann nicht zweimal aktualisieren. Ja, also das ist halt der Grundgedanke dahinter. Ja, wie kann man das Ganze dann später noch anwenden, wenn man jetzt wirklich, das ist ja nur hier ein Testfall, dass man mal zu gucken kommt. Also einen Test kann man machen, entweder grafisch, ja, über die grafische Darstellung dieser Funktion oder denen Sie einfach ein paar Testwerte übergeben. Oder am besten Sie machen beides, um zu schauen, funktioniert die Funktion wirklich. Wenn die Funktion wirklich funktioniert, dann würden Sie quasi hier die ganzen Testsachen rauslöschen und dann nur noch mit der Funktion arbeiten. Beziehungsweise man könnte auch die Funktion in einem Extra-Sheet entwickeln, ja, und sich das auch speichern dann und mit einem Test-Szenario, allem drum und dran und kopiert sich dann die getestete Funktion in das eigentliche MatCat-Sheet, wo dann die Berechnung bezüglich dieser ganzen Windlasten zum Beispiel ablaufen soll. Ja, so könnte man das dann, das wäre ein mögliches Szenario für die Praxis. Ja, wie wendet man das Ganze an? Sicherlich ein simples, Sie rufen einfach hier dann Ihre Funktion auf, also M, Steuerung G, dann tiefgestellt 1, übergeben hier dann den jeweiligen Winkel. Das gebe ich einfach jetzt mal fix ein mit 30 Grad. Das kann natürlich auch im Parameter oder in der Variablen hier sein und rechne dann den Wert aus, mit denen er dann weiterarbeiten kann. Also in dem Fall 0,8 oder hier bei µ2 machen wir vielleicht nochmal spaßigshalber hier einen ungültigen Wert. Ups, da, achso, ich will noch umbenennen, das haben wir noch nicht richtig gemacht. Also µ2 und dann kommt NaN. Wichtig ist auch hier wieder, NaN würde bedeuten, das würden Sie jetzt mit diesen Werten rechnen, weil normalerweise ist das, ist ja das Endziel einer Berechnung, nicht dieses µ1 oder µ2 zu bekommen. Das sind ja nur Hilfswerte, mit denen Sie dann einfach irgendwelche Sachen weiter berechnen. Und auch hier ist es wieder wichtig, dass Sie dann quasi Sand ins Gestriebe streuen, wenn da jetzt hier irgendwie unplausible Werte eingegeben werden. Und diese Funktion übernimmt das NaN. Ja, also wenn Sie jetzt hier NaN, wenn Sie das in der weiteren Rechnung verwenden würden, geben wir da eine Fehlermeldung. Ich kann mal kurz demonstrieren, nehmen wir an, Sie würden jetzt hier weiterrechnen wollen, was weiß ich, das Ganze noch multiplizieren mit irgendeinem anderen Wert oder so. Machen wir hier vielleicht noch eine Multiplikation dazu. Mal 50, ja, und ja, das ist schon, und dann kriegen Sie hier, da kommt immer wieder NaN raus. Ja, also dann, das ist immer ganz wichtig, ja, hätten Sie zum Beispiel jetzt hier einfach 0 gelassen, ja, dann ist das gefährlich. Warum? Ja, 0 ist ja ein gültiger Wert und dann rechnet er damit weiter. Und dann kriegen Sie hier meinetwegen 0 raus. Gut, das fällt dann vielleicht sogar auf, wenn Sie jetzt eine Multiplikation haben, dass das Gesamtergebnis 0 wird und sich dann wundern. Aber es könnte ja auch eine Addition sein können, ja, und das fällt dann unter Umständen dann nicht mehr auf. Ja, aber durch das NaN wird dieser Fehler mitgeschleift. Und Sie sehen auch beim Endergebnis, das Entweder wird dann zwischendurch irgendwas rot in Folge NaN oder das Gesamtergebnis wird dann auch NaN und damit haben Sie schon mal einen Hinweis, dass hier irgendwas nicht stimmt. Sofern Sie unplausible Werte eingeben. Ja, sind Sie plausibel, dann kommt natürlich was entsprechend raus. So würde man das Ganze dann einsetzen. Ich sehe gerade, hier ist ja irgendwo ein Rechtschreibfehler. Mir fällt da gar nicht auf. Aber okay, vielleicht übersehe ich ihn jetzt auch. Ja, soviel zu dieser Übung. Ich hoffe, ich konnte Ihnen hier nochmal an einem anderen Praxisbeispiel zeigen, wozu kann man Funktionen verwenden. Ja, die sogenannten Unterprogramme, um halt solche Tabellen auszudrücken, die dann in der Folge, haben Sie die Möglichkeit jetzt, wenn Sie jetzt irgendwelche mathematisch-technischen Algorithmen haben, sei es aus der Statik, aus dem Holzbau, Massivbau oder wo auch immer, und Sie haben halt solche Tabellen da mit drin, dann sollen Sie jetzt zukünftig in der Lage sein, auch diese automatisiert mit zu berücksichtigen und brauchen diese Werte nicht mehr händisch abzulesen, beziehungsweise manuell abzulesen und dann händisch in das MatCat einzugeben. Das geht mit dieser Technik, die ich Ihnen gezeigt habe, zukünftig auch automatisiert. Aber aufpassen, das waren jetzt nur ein paar Tabellen. Sie werden auch andere Tabellen haben, wo wir mit Verzweigung dann nicht allzu weit kommen, wo wir dann auch noch andere Kontrollstrukturen brauchen, wie zum Beispiel Schleifen oder so. Okay, soviel dazu.